Ah, der Drache soll also schlüpfen, mithilfe des verschwundenen Zanderlohr. Ich hätte mir denken können, dass du irgendwann wieder auftauchen würdest, alter Nacken. Hüte deine Zunge und heut, wie kann es die Geisel von Rivellon wagen, sich hier zu zeigen? Nein, du wirst noch für deine Verbrechen bezahlen. Ha, ha, du stehst oben in deinem Elfenbeinturm der absoluten Moral und kannst dennoch die Dinge nicht überblicken. Der Tod des Göttlichen, der Krieg, der selbst hat angefangen mit dem Mord an meiner Kirche. Lucian hat das Richtige getan. Er gerne arbeitete für den Schwarzen Ring und musste deswegen sterben. Er würde das, was nötig, wieder tun und ich ebenfalls. Dennoch, ich habe sie geliebt und ihr sie getötet. Nun wird für jeden Tropfen ihres Blutes, das ihr vergossen habt, ein Meer aus Menschenblut fließen. Angefangen mit einem neuen Lakaien hier. Meine Herrscher werden dafür sorgen. Er startet einen Angriff auf euren Turm. Es ist soweit. Werdet zum Drachen und lasst ihn eure Kraft spüren. Werdet zum Drachen und das Brunch auf? Werdet zum Drachen und das Brunch auf? Werdet zum Drachen und der Kamp Mommy. Oh, ha, 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 ha!